Hallo Leute und herzlich willkommen zu New Super Mario Brothers. Der ist in mittlerweile 6. Part schon und wir befinden uns auch schon in Welt. Wir haben mal sehen, was wir jetzt so alles hier anstellen können. Und die Dschungelwelt ist so eine Welt, ich mag sie an sich, aber auf der anderen Seite mag ich sie überhaupt nicht. Einmal wegen diesen komischen Spinnen hier, die ganz gerne vorkommen, die ich auch nicht... Ich weiß nicht, ich mag sie nicht. Ich mag allgemein keine Spinnen. Spinnen sind scheiße. Und auf der anderen Seite wegen diesem Gift hier. Und das ist ungefähr wie dieses Himmelswelt, wenn du runterfliegst, bist du so und so tot, mein Freund. Dann bist du instant halt tot. Und du kannst dich meistens... Oh nein, war das jetzt dumm? Ne, das war eigentlich egal. Gut, ich dachte schon, ich hätte mir damit jetzt die Starcoin verbockt. Das wäre nämlich gleich mal so dumm. Und da ist Nessie! Hallo Nessie! Hallo! Hallo! Oh, der Tod. Oh mein Gott. Er war so fasziniert von Nessie, dass ich nicht geschaut habe, dass ich da runterfalle. Wow. Nessie, gib mal Gas, bitte. Denn wenn man eine Stampfattacke auf Nessie macht, dann duckt sie sich zum einen und zum anderen. Nein, das ist nicht gut. Nessie! Nessie, ich muss da hoch! Nessie, ich muss da hoch! Läuft bei mir. Ja, Welt 4 ist jetzt nicht so meine Welt. Genauso wie Welt 3. Welt 5 wird dann schon eher... Halleluja! Sehr schön, damit können wir uns jetzt nämlich wundervoll schützen hier. Denn die können uns dann gar nichts anhaben. Stimmt, kann ich jetzt eigentlich die Feuerblume... Yeah! Auf Nessies Rücken platziert. Bang! Geil. So. Einfach safe in meinem Panzer bleiben und vielleicht das... Bin ich eigentlich behindert? Ich würde mich jetzt am liebsten selber schlagen. Ihr würdet mich jetzt wirklich am liebsten selber schlagen. Sollte ich vielleicht auch tun. Sollte ich vielleicht auch tun. Weil das war ein Tod, ne? Äh, ein... Ich hätte den Panzer gehabt und hätte den scheiß Starkoin nachholen können in Welt 3. Oh, man. Oh, man. Das ist doch kacke sowas. Stir please. So, dann können wir ganz locker drüber laufen. Hör dir das, lass mich in Ruhe. Oh, das nervt mich jetzt wieder, dass wir den Panzer verloren haben. Da hätten wir welch 3 zu 100% abschließen können. Da hatten wir schon so viel Glück und haben einen Panzer bekommen. Und dann mache ich so einen Müll. Dann mache ich so einen Müll. Naja. Gehen wir ins nächste Level und ignorieren. Das kann... Oh, nein. Bei der nächsten sehe ich schon so eine Wasserpfütze. Und die gefällt mir überhaupt. Was? Wie sind wir jetzt in der Luft? Aber wenn du mein... Ah, okay. Jetzt kommen diese Pilze hier. Die sich so zur Seite dehnen. Das war knapp. Das war auch knapp. Ich bin hier gerade ein bisschen risikofreudig, muss ich schon sagen. Hut, 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 hut. Okay, das Level ist, glaube ich, auch gar nicht mal so einfach. Aber ich kenne es einigermaßen. Meine Nase juckt gerade. Meine Nase hat gerade... Meine Nase hat gerade gejuckt. Hut, 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 hut. Oh, nein. Nein, komm, bitte lass nicht da die Starklein kommen, an die ich jetzt denke. Es gibt eine Starklein, die ist richtig asozial. Da muss man nämlich passend auf so einen Koopa springen. Und das mag ich überhaupt nicht. Obwohl, nee, ich glaube, die kommt hier nicht. Die kommt hier nicht und ich schätze, man muss hier nach oben und da ist die Starklein. Ja, ja, genau, okay. Okay, dann kommt sie hier noch nicht. Das ist schön. Ich glaube, die kommt erst in der Wolkenwelt. Ja, klettern wir immer weiter. Immer weiter. Du kannst nicht scheitern. Öffne jetzt das Tor. Yeah. Das war von Digimon. Ich glaube, von Data Squad sogar. Auch wenn die Lieder davor mit Tamers oder eine Vision oder Hyper... Warte mal. Wie heißt die? Hyperspiridig... Oh, Hyperspiridigitation. Boah, das Lied höre ich zur Zeit so oft. Das ist so geil. Das ist die Hyperspiridigitation. Jetzt... Na, na. Ah, es ist super. Ne, es ist wundervoll. Ne. Aber Welt 4 geht momentan echt schon... Wir haben ein Secret Exit verpasst. Wo haben wir denn ein Secret Exit verpasst? Ich habe jetzt gerade keine Idee, wo hier ein Secret Exit in einem ersten Level hätte sein können. So, Mann, wir gehen nochmal in Level 1. Hä, aber wo sollte es dann ein Secret Exit geben? Wir zählen jetzt einfach mal zu den 100% einfach, dass wir die Star Coins sammeln. Das werde ich wahrscheinlich in die Beschreibung dann updaten, dass wir einfach nur alle Star Coins sammeln. Und nach Möglichkeit, wenn ich jetzt... Vielleicht hole ich sie ja noch nach, je nachdem, wie ich Lust habe. Oh, nein. Nein, kein Unterwasserscrolling. Level. Was bist denn du für ein Scholli? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ja auch überlegt, ob ich mir selber Best-Ofs aus den Projekten schneide. Bei News und bei Mario Brothers. Jetzt könnte ich es mir sogar ganz gut vorstellen. Und bei Bloody... Muss ich dazu jetzt noch irgendwas sagen? Halt doch einfach mal dein blödes Maul und konzentrier dich. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Da wunderst du dich, dass sowas keiner schaut, wenn sie sehen, auf was für einem Scheiß-Skill-Niveau du bist, ne? Die kriegen ja das Kotzen, wenn sie dir zuschauen müssen. Das ist ja... Das ist da... Die kriegen Augenkrebs. Die kriegen einfach nur Augenkrebs. Komm nach rechts. Komm ja nach rechts, so dummer Kackpilz, ne? Danke. Halt. Ich hasse Unterwasser-Level. Sie sind die größte Kotze, die jemals gebaut wurden. Alter, das war schon wieder viel zu knapp für meine Verhältnisse. Für meine Vorlieben. Vorlieben, lol. Also, wenn ich jetzt ab und zu ein bisschen leiser bin, ne? Ich konzentriere mich hier gerade wirklich, damit ich hier... Halt! Wie soll ich denn den sehen? Nein, die... Nee, erwisch ich nicht. Diese Scheiß-Unterwasser-Level. Kotzen mich echt an. Gib her. Gib her. Mich juckt schon wieder was. Ah. Lass mich. Wow. Da nicht getroffen zu werden, ist schon eine Kunst. Ähm. Ja. Ich kann auch gerade nicht wirklich was erzählen, weil ich... Ich bin hier so in der Konzentrationsphase, so unglaublich. Ich will halt einfach nicht nochmal sterben. Warte mal, was ist hier? Warte mal, man muss doch sicher in irgendeine Röhre... In irgendeine Röhre muss man... Ich seh's doch. Oh, in die Grüne. In die Grüne musste man, glaube ich, rein. Ich glaube, man muss... Oder? Oder nicht? Ich meine, man muss in die Grüne rein. Oh! Ich glaube, man muss... Oh, ich glaube, man muss in die Grüne rein. Also, dass man einfach in keine Röhre rein müssen. Du scheiß Cheep-Cheep, ne? Du denkst hier wieder, du wärst richtig cool, ne? Es sieht nicht aus, als würde noch eine Starcoin kommen. Es sieht halt überhaupt nicht an... Nein. Wirklich? Nein, bitte nicht. Bitte einfach nein. Und ich kann jetzt nicht mal mehr zurück und mich umbringen. Nein, der Kumba hätte mich noch töten können. Oh, nein. Ist das jetzt euer Ernst, dass ich die Starcoin nachholen? Ich will die nicht nachholen. Scheiß Unterwasser-Level, ganz ehrlich. Hier werde ich euch wahrscheinlich reinschneiden. Bis gleich. Ich gehe da hin, der Mann. ben... Ich gehe da hin... Ich gehe da hin... Ahem. Ahem. Drei, zwei, eins. So, da bin ich wieder meine Freunde. Wie gesagt, ich bin jetzt hier hingegangen. Also in die grüne Röhre, wie gesagt. Hier runter und dann hat man die Starcoin. Das war schon wieder so eine scheißschwere Geburt, ey. Aber ich bin wenigstens wieder voll ausgerüstet. Insofern habe ich es geschafft. Man muss es echt mal probieren. Ob man die ganze Zeit versucht zu reden. Beziehungsweise zu unterhalten. Was auch echt schwer ist in so einem Unterwasserlevel. Und dann währenddessen noch spielen ist schon... Boah, ich grütze echt. Du flippst echt aus. Und dann die Frustration. Du lässt dich halt auch echt freien Lauf. So, und geht auch hoch. Ich will einfach nur noch ins Ziel. Einfach nur noch ins Ziel. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach nur ins Ziel. Mehr möchte ich nicht. Danke. Scheiß auf das One-Up, das da noch da ist. Ich möchte nämlich einfach nur noch ins nächste Level. Dankeschön. Hat er da? Boah, der Gumba, ne? Der Gumba. Gott, das Level jetzt auch geschafft. Gott sei Dank. So, mal schauen. Dann machen wir jetzt den Turm. Und den Turm sollten wir schon schaffen. Sollten wir schon. Packen wir. Packen wir. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, oh, oh. Das ist auch... Auch so eine Art Scrolling. Denn die Lava wird später nach unten kommen. Äh, von... Ja. Die Lava wird von unten nach weiter unten kommen. Sicher, Dragon. Die wird von unten nach oben kommen. Und, äh, das wird nicht lustig. Du wirst so gehetzt. Wir werden hier zu 100% nicht im First Try alle Star Coins holen. Das sage ich euch jetzt schon. Ich sehe es schon voraus. Weil... Allein wenn man schon das hier gesehen hat. Ich glaube, man weiß ungefähr, wie ich hier zu stehe. Und, ne. Ich finde das nicht... Muss ich jetzt da hoch oder muss ich da rüber für die Star Coins? Ja, super. Ach, komm. Wenn zwei Wege sind. Ich muss doch die Star Coins sammeln. Ach, komm. Leck mich. Super, jetzt beginnt mein Frustrationslevel zu steigen. Gut, dass ich so und so keinen nicht mehr vorhatte, noch einen Part heute aufzunehmen. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Das ist eine gute Entscheidung. Ich bin ja noch momentan in meiner Aufnahmesession, wo ich von jedem Projekt mindestens sechs Parts auf Lager haben möchte. Ähm, und dann startet das Ganze an dem Montag, wo ich es angekündigt habe. Das heißt, ihr kriegt es gut drei Wochen später zu sehen. Aber naja, aber naja. So, ich kletter jetzt einfach mal so hoch. Oh, ich wechsle auch nicht die Seiten oder so. Ich hole mir auch keinen Power ab, denn den Boss schaffe ich auch so. Nein! Nein! Und da ist tatsächlich eine Star Coins. Und wir hätten eh umdrehen müssen. Okay, dann wissen wir es jetzt wenigstens. Und wir kriegen den fliegenden Kasten. Im Prinzip haben wir nichts verloren. Außer ein Leben. Okay. So, mach erstmal den Knochen trocken hier kaputt. Und lass den Fliegekasten hier. Als ob ich einen Mini nehmen würde. Ist das euer Ernst? Seid ihr behindert? Jetzt, komm, geh hoch. Geh hoch. Ich möchte da nach oben. Oh, mach bloß keinen Müll. Mach jetzt bloß keinen Müll. Wieso kriegt man in einem Turm einen Mini zum Teufel? Als ob ich da einen Mini nehmen würde. Das glaube ich zähle ich. So, schlag den Kasten hier um. So, ich hoffe, dieses Mal schaffen wir es. Wir sollten am besten einen guten Vorsprung aufbauen. Zur Lava. Das wäre ganz nützlich. Und ich schätze, wir werden die nächste Starcoin wieder umgedreht. Also in der anderen Richtung machen müssen. Oder auch nicht. Die ist nämlich da oben. Ich sehe die Lava. Ja, ich sehe sie. Oh, scheiße. Scheiße, 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 mach. Oh, kacke. Oder kommt die noch? Kommt die noch? Oder kommt die überhaupt noch? Sieht mir gar nicht danach aus. Okay, ich glaube, die kommt gar nicht mehr, oder? Ich bezweifle jedoch. Ich glaube schon, dass sie noch kommen. Wir sehen sie gerade nicht. Aber wenn ich jetzt umgedreht sein muss, würde ich sagen. Wo ist denn die Starcoin? Da oben. Da oben ist sie. Darüber? Sehr schön. Okay, okay. Wir sind mit Feuerblumen ausgestattet. Go. Geh ins... Geh zum Boss. Geh einfach nur zum Boss. Alter. Und jetzt sind im Try einfach einen perfekten Try angelegt. Denn jetzt sind wir in so einer Formation. Jetzt hat Bowser Jr. so eine neue Kraft erlangt. Sagen wir mal so. Denn wir können es mir mal zeigen lassen. Er wirft jetzt Panzer. Und zieht sich auch... Wir können auch wirklich nicht mehr auf ihn drauf springen. Man sieht es vielleicht. Er zieht sich sofort in den Panzer zurück. Aber wir können ihn zum Beispiel hier so zurückschleudern. Mit einer Stampfattacke. Beziehungsweise den Panzer ganz stoppen. Wenn es jetzt klappt. Sehr schön. Und ihn damit umwerfen. Und dann erst mit einer Stampfattacke. Beziehungsweise mit einem normalen Sprung angreifen. Aber mit einer Feuerblume geht das Ganze immer noch total easy. Ah, es war... War einfach. Gut. Damit haben wir jetzt auch Bowser Jr. geschafft. Wir haben aber noch Zeit. Das heißt, wir können noch ein Level machen. Das finde ich ganz gut. Wenn der Fliegekasten dann nicht weg geht, dann würde ich ganz gerne das Fliegekasten-Level machen. Und der Fliegekasten geht weg. Danke, Fliegekasten. Super. Ja, machen wir erstmal auf. Wir haben jetzt natürlich die Wahl zwischen einfach normal weitergehen oder jetzt hier das Level zu machen. Ich weiß nicht. Ich glaube sogar beide Level sind ganz cool. Ich würde sagen, wir machen... Vielleicht schaffen wir auch noch beide, ne? Je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Machen wir einfach mal 4a. Wir könnten nämlich beide wirklich potenziell schauen. Also, Welt 4 ist wirklich kürzer als Welt 3. Das kann man schon mal sagen. Halleluja. Oh nein, nicht wieder. Achso, ich dachte, da wäre man im Nest... Oh nein, das ist das Level. Das ist das Lidean-Level. Oh, dafür ist der Panzer aber jetzt nicht gerade das beste Item. Das ist sogar das schlechteste, was man hier eigentlich bekommen kann. Weil wenn man ja rollt, dann greift man nicht mehr. Oh, scheiße. Da ist der Panzer ja richtig Müll. Da ist der Panzer ja richtig Müll. Deshalb möchte ich ihn aber nicht verlieren. Es war abzusehen, dass es passiert. Das verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber was ist das? Ist da oben ein Item? Nee, äh, ein Item. Haben wir noch keine Sternen? Was zum Fick? Da oben ist eine. Da oben ist eine. Da oben. Ups. Sasa, okay. Ich glaube, das Level werden wir doch nicht so schnell werden. Äh, doch. Ich möchte schon 4A machen, aber... So schnell werden wir das Level wirklich nicht schaffen. Das sehe ich doch schon. So, mach die weg. Und jetzt gib mir erstmal meinen Pilz. Mit dem Pilz sieht das Ganze doch schon mal viel besser aus. Und allein die Räder. Die Räder mag ich auch nicht. Die Räder mag ich überhaupt nicht. Mach den weg. Können wir so die Starcoin holen? Nein, nein, nein! Wären wir auf den anderen gekommen. Vorher vorgeleid. Mann. So. Jetzt, ich probiere es nochmal so. Weil das sah ganz, ganz gut aus. Dann muss ich nämlich das Drehteil nicht benutzen. Ich mag die Drehteilin. Sie sind halt dann für sich eine ganz nette Idee, aber nee. So. Noch einmal. So, dieses Mal klappt. Bin ich da gerade dann irgendwas an der Decke hängen geblieben? Hä? Wieso? 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 Wieso hält der sich da nicht fest? Mann. Das geht mir gerade ein bisschen gegen den Strich hier. Dieses Level bumst mich. Dieses Level macht mich kaputt. Es macht mich kaputt. Es macht dich kaputt. Nein, mach keinen Müll. Mach bloß keinen Scheiß, Dragun. Ja, spring bitte gegen den Gegner. Super, jetzt muss ich es auch noch auf die Meidode holen. Was? Eigentlich war ich ja schon im Gift drin, ne? Denn ich schätze, das ist Gift. Das sieht mir sehr nach Gift aus. So. Jetzt aber! Also, jetzt reicht es mir wirklich langsam. Das gibt es nicht mehr. Alter. Geben Sie mir jetzt bitte die Starcoin. Die Starcoin. Oh, ich spring doch nie wieder so dumm. Ich spring doch nie wieder so dumm. Oh, du. So. Jetzt halt dich aber mal fest. Mann, Mario. Ever. Nein. Ihr seht zwar nicht, aber ich schäme mich gerade so zu Tod. Ey, dieses Level. Es ist an sich überhaupt nicht so schwer alles. Überhaupt nicht. Aber wieso verkacke ich das denn die ganze Zeit? Oh, nimm doch den Pilz. Please, Mario. Mach jetzt keinen Müll. So. Nein, 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 nein. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht aus der Entfernung. Ey, wie sie sich da zusammengruppieren. Was war das? Ne, ich bin einfach am Ende. Geben Sie bitte eine Feuerblume. Danke. So. Stirb doch einfach beide, bitte. Ich kann euch echt alle nicht mehr sehen. Dumm, verschissenen Kackgegner. So, dieses Mal holen wir sie wieder so hoch. Ne. Wow. Dass der wieder gespawnt ist, war jetzt gerade echt Lack. So, du musst jetzt da hoch, mein Freund. Du musst da hoch. Danke. Und dieses Mal nehme ich auch gescheit Schwung, damit ich auch wirklich auf die Röhre da komme und meine Starcoin bekomme. Weißt du hier was? Aber jetzt komme ich da nicht mehr hoch. War das jetzt gut? Das war überhaupt nicht gut. Obwohl. Na, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Gut. Ich dachte schon, ich hätte damit die Starcoin jetzt gekackt. Aber habe ich natürlich nicht. Gut. Scheiß auf den PS-Switch brauchen wir nicht. Zweites Starcoin. Die sind alle. Das Schlimme ist, die sind alle nicht gespeichert, ne? Die sind einfach alle nicht gespeichert. Soll das ein Pfeil zeigen? Das war schon wieder so. Es war einfach so knapp schon wieder gesprungen. Das ist ja unglaublich. Meine Fresse. So, und jetzt raus da. Raus aus dem Level. Ich will dieses Level nicht mehr sehen. Weg da. Und wenn es hier ein Secret-Axe gibt, ist mir so scheißegal. Ne. Dieses verkackte, dumme Scheiß-Level hier. Ne. So. Schwingen, 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 schwingen. Und ganz rum. Ich bin mit den Nerven am Ende. Das bedeutet für euch, dieser Part ist jetzt am Ende. Das war gerade ein Reim. Geil, das war ein Reim. Das ist ja sick. Nein, wirklich. Der Part ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bezweifle, dass es weniger Face geben wird. Aber naja, wir sehen uns. Bis dann. Und ciao. Ciao. Ciao.